Lasst ein like da, lasst ein abo da, wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, abonniert jetzt den Kanal, sorry Leute, es tut mir leid, dieses Video habe ich müsste löschen, diese zweite Episode von SC Saarbrücken, ja es tut mir leid, aber schreibt mir in die Kommentare, wie soll ich, wer soll ich den kaufen und wer soll ich verkaufen und ja, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben und ja Leute, es tut mir leid und ich wünsche euch einen schönen Morgen, Guten Tag miteinander, heute mache ich die zweiten Episode mit SC Saarbrücken und Leute, ich würde mich so fest freuen, Leute, und Leute, es tut mir so leid, ich habe das Video müssen löschen und ja, hoffentlich können wir wieder mal machen, ich habe 16 Aufrufe gehabt, aber Leute, es tut mir wirklich echt leid, aber ja Leute, es ist halt so beim Filmen, beim bei Meladen, also bei Meladen ist halt so und wir spielen gegen Ingolstadt und wir gehen gerade rein gegen Ingolstadt, auf der Kader mit Castellucci, Kurzweg, Frank, Pausen, Buch, Kreuz, Preisinger, Wolfram, Sussek, Gottsack und dann noch den Butler, ja und dann kommen wir wieder so Würth und wir mit Alberto, bei Rilla, Sägele, wir fragen, Wollungut, Peraidei, Bösel, der will Ballon gut und Basel, ja, schönes Anspiel, es kommt mehrere Folgen beim Saarbrücken, also es kommen jetzt, also morgen kommt nichts, am Sonntag, am Sonntag kommt wieder auf FIFA 21 Karrieremotus, Leute, ihr könnt schon in die dritte Folge, schon in die nächsten, und jetzt gehen sie über die Flügel, gute Pässe jetzt, schon freuen, es macht mir sehr sehr Spass mit euch, und euch auch hier, das ist ja da draußen, und ihr könnt schon oben lesen, heute geht's um FIFA 21 Karrieremodus mit Saarbrücken, gegen Engelstadt müssen wir gewinnen, und hoffentlich gibt es ein Sieg, momentan steht es 0 zu 0, wir nach 22 Minuten, bis jetzt läuft es Saarbrücken an, und die Nummer 32, wir müssen 1 zu 0, wir machen das 1 zu 0, Deville macht das 1 zu 0, wir gehen 1 zu 0, Leute, und ihr könnt gerne mir auf Instagram folgen, da kommen jede neue, da kommen regelmäßig neue Bilder auf Instagram und Storys, also in der letzten Zeit kommen keine Storys, ich mache Pause ein bisschen, und es steht 1 zu 0 für Saarbrücken, es sieht momentan gut aus für uns, und hoffentlich machen wir so weiter, und ja Leute, und habt einen schönen Vatertag gehabt, und Mutertag, nein, Mutertag ist schon gewesen, und den Eid, Barak, und ja, und jetzt bis jetzt immer noch Ingolstadt, Ingolstadt möchte Druck setzen, Unterdruck, also Ingolstadt ist jetzt unter Druck, Na jetzt müssen Sie aufpassen, jetzt können Sie den Ball reinigen, die kommen, die Bälle, also die Bälle kamen nicht so gut, und jetzt Ingolstadt wieder, Ingolstadt, 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 die laufen 45 Minuten, aber wir machen keinen Gegentor, und Alberto pariert zum Ecke, von Ingolstadt, und Ingolstadt hat die Eckmann, und du musst nicht aufpassen, jetzt machen wir den Ball wegmachen, weil wir jetzt 45 Minuten, und das 1 zu 1, Pausen, Pausen, 45 Minuten, Leute, ich möchte mir sagen, ich hoffe, ich hat das Video euch gefallen, und schreibt mir in die Kommentare, ob ich Spiel verkaufen oder Spiele kaufen soll, dann mache ich vielleicht eine Kaderplanung, oder, und ja, und ich möchte sagen, ich wünsche euch einen schönen Freitag, Freitag, und einen generischen Tag, und einen schönen guten Morgen, und guten Morgen miteinander, und nächstes Video kommt am Sonntag, auf jeden Fall 2021, und ciao, es tut mir leid, wegen Video löschen. Bis zum nächsten Mal.